So, hallo Friends! Ich begrüße euch erstmal ganz herzlich. So, ich wollte euch mal was zeigen. Und zwar, ich habe ein ganz tolles Paket bekommen von der Firma Seagam. Das sind ganz tolle Kaugummis mit ganz wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen. Das ganz Besondere an diesen Kaugummis ist, dass die wichtige Vitamine enthalten und auch Mineralstoffe. Durch das Kauen werden die Vitamine und die Mineralstoffe direkt aufgenommen in den Körper. So, was haben wir hier? Fokus und Energie. Ja, damit tut ihr euch also was supergutes. Hier ist sogar Vitamin B12 drin, was auch super wichtig ist für jeden. Wow, and the red one mit Vitamin D3. Supergut für dein Immunsystem. So, und was nochmal ganz wichtig ist, auch nochmal aus der Sicht einer Zahnärztin, dass die zuckerfrei sind. Für euch habe ich auch noch einen coolen Rabattcode ausgehandelt. Ja, mit Yvonne15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure Bestellung. hunga beibebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe